Wittenberg, deutsche Presseagentur schrägstrich sah, minus ein 23 Jahre alter Mann soll in Wittenberg laut Polizei und Staatsanwaltschaft versucht haben einen 20-Jährigen zu töten. Er wurde vorläufig festgenommen wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen soll es am Vormittag in einer Wohnung in der Stadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Deutschen gekommen sein. Nähere Angaben etwa zum Motiv machten die Ermittler nicht. Ein 14 Jahre alter Zeuge habe die Polizei verständlich teilte ein Sprecher mit Punkt der 20-Jährige sei bei der Auseinandersetzungslebens gefährlich verletzt worden an Kopf und Körper. Der 23-Jährige wurde den Angaben zufolge ebenfalls verletzt. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Copyright Deutsche Presse Agentur Info com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 2204109986967022. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.